Übung für den Notfall. Im Landkreis Landshut hat am Samstag eine Übung für Messungen und Probeentnahmen bei einem nuklearen Schadensfall stattgefunden. Fünf Erkundungsfahrzeuge für chemische, biologische und radioaktive Gefahren waren im Einsatz. Sie entnahmen an verschiedenen Stellen im Landkreis Boden-, Wasser- und Luftproben. Außerdem war die Mess- und Probeentnahmestelle der Freiwilligen Feuerwehr Leuching im Übungseinsatz. Von 9 bis 15 Uhr war dazu das Feuerwehr-Gerätehaus in Ergolding belegt. Geleitet wurde die Übung vom Landesamt für Umwelt.